Gehört erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald. 800 Jahre Klostergeschichte stehen da in wuchtigem hellbraunen Stein mitten im Paderborner Land. Das Kloster Dahlheim im gleichnamigen Ortstal der Stadt Lichtenau hat wie so viele andere Klöster im Teutoburger Wald schon einiges erlebt. Als Frauenkloster gestartet, dann aber nach Pest und Plünderungen aufgegeben, nahmen sich die Augustiner aus dem holländischen Zwolle des verwaisten Klosters an und führten es zu neuer Blüte. Die eindrucksvolle Kirche wurde wieder ein Ort von Gebet und Gesang. Noch heute beeindruckt mich der elfsekündige Hall in der turmlosen Kirche. Guten Tag! In zwei langen Stuhlreihen saßen sich die Chorherren, die Mönche gegenüber, und sangen und froren. Denn es ist kalt in dem alten Gemäuer, das heute ein Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist. Und es war fast überall kalt, sagt Museumsleiter Ingo Grabowski. Man musste sich dann eben entsprechend anziehen. Die Kutten werden wahrscheinlich dicker gewesen sein als das, was wir jetzt heute anhaben. Aber es war natürlich kalt in der Kirche. Und insofern war auch dieses Frieren sozusagen eine Art von Gottesdienst, denke ich. Zu bequem sollte man es ja nicht haben. Es war tatsächlich auch zu klösterlichen Zeiten so, dass hier zumindest im Mittelalter nur ein Raum beheizt war. Nämlich das sogenannte Kalefaktorium neben der Schreibstube, neben dem Skriptorium. Dort war es warm. Dort konnten sich die Schreiber dann auch zwischendurch etwas aufwärmen, damit die Hände beim Schreiben noch mitte machten. Die übrigen Chorherren aber, die mussten frieren. Das Kalefaktorium, die Wärmestube, war also der Ort, wo die Skriptoren, die Schreiber, ihre Klammenfinger wieder beweglich machen konnten. Denn der Buchdruck wird ja erst um 1450 von Gutenberg erfunden. Vorher musste alles und jedes mühevoll abgeschrieben werden. So wurde eben bis zum Buchdruck Wissen tradiert. Die Klöster haben ja Europa, muss man sagen, antike Schätze gerettet. Abschriften etwa der griechischen und römischen Philosophen und Wissenschaftler. All diese Werke haben in Europa zumindest dank den Klöstern überlebt. Auch wenn die Vorratskeller des Klosters mit anderen Dingen gefüllt waren als beim einfachen Bauern nebenan, so sollen sogar Zitronen und Austern den Weg nach Dahlheim gefunden haben. Das große Schmausen war es meistens trotzdem nicht. Denn es gab ja 160 Fastentage im Jahr. Kein Fleisch also an solchen Tagen. Doch die Augustinermönche waren erfindungsreich. Es gab so etwa eine Zeit lang die Überzeugung, dass Biber, was ja ein Säugetier ist, aber weil es ein Tier des Wassers ist, zu den Fischen gehört und dass man deswegen auch an Fastentagen Biber essen dürfe. Oder es gab eben auch das Denken, dass Vögel, weil der Herr sie ähnlich wie die Tiere des Wassers am selben Tag erschaffen hat, auch zu den Fastenspeisen gehören, sodass man sich das ab und zu auch etwas schön machen konnte. Einer der wichtigsten Räume des Klosters war der Kreuzgang, quasi der Flur des Klosters. Von dem Bogengang, der um einen quadratischen Innenhof führt, gingen die Türen zu den verschiedenen Gemeinschaftsräumen des Klosters ab. Der Kreuzgang war ein Ort für ganz viele Tätigkeiten. Er heißt so, weil hier Prozessionen stattgefunden haben. Die Ordnungsleute haben also das Kreuz vorweggetragen bei ihrer Prozession und von da hat der Kreuzgang seinen Namen. Hier wurde also gebetet, das war ein Ort der Kontemplation, auch ein Begräbnisort hier im Kloster Dahlheim. Es war aber auch ein Ort, wo man einfach auch mal die Socken aufgehängt hat. Also ein Multifunktionsraum, könnte man sagen, seinerzeit im Kloster. Für Besucher wie mich, die es mit dem Rücken haben, stehen im Kreuzgang Tische mit einer Spiegelplatte. Sehr komfortabel, diese Konstruktion. Im Spiegel haben die Besucher die Möglichkeit, die Wandmalereien, die Deckenmalereien anzuschauen, ohne sich dabei den Hals brechen zu müssen. Außerdem vergrößert der Spiegel auch noch etwas, sodass das wirklich eine bequeme Möglichkeit ist, um sich hier über die schönen Wandmalereien im Kloster Dahlheim zu informieren, die in den vergangenen zehn Jahren restauriert wurden und heute eben da, wo es sie noch gibt, wieder frisch aussehen. Doch 1803 war es mit dem blühenden Klosterleben in Dahlheim vorbei. Durch die Enteignung der Kirche in der Folge der Französischen Revolution fielen viele Klöster im Teutoburger Wald an den preußischen König. Ein Federstrich beendete jahrhundertelange Klosterkultur in Dahlheim mit Folgen. Die Kirche wurde zum Pferdestall umfunktioniert und der Kreuzgang zum Kuhstall. Und durch die tierischen Ausdünstungen ist vieles an den wertvollen Farbschichten eben verloren gegangen. Den kunsthistorischen Wert haben die Menschen eben im 19. Jahrhundert noch nicht so richtig eingeschätzt. Seit 2007 ist das Kloster ein Museum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und zeigt uns, wie wichtig die Klöster für die Entwicklung unserer Kultur waren. Ohne Klöster vermutlich auch kein Boris Becker und kein Franz Beckenbauer. Denn selbst die Vorläufer moderner Sportarten wie Tennis und Fußball wurden in den Klöstern gespielt. Ole, 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 ole. Gehört erzählt – Geschichten aus dem Teutoburger Wald. Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de slash Geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen. Mehr Informationen auf Nürnberg-Lippe und Regenbauer